Geil! Das ist halt die größte Hüpfburg der Welt. Habe ich selber noch nie gesehen. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine große Hüpfburg gesehen. Und die Kinder, die haben richtig viel Spaß. Auch dann kann man so leben. Aber nur, wenn man das möchte. Es ist die größte der Welt. Und ja, da lässt wohl keine Kinderwünsche übrig. Da ist eine Rutsche drin, da sind Tiere drin, da sind Kühe drin, das alles. Also, da könnte ich Ihnen das richtig austoben. Diese Hüpfburg fasst 200 Kinder mit zur gleichen Zeit. Wiegt ungefähr 5 Tonnen. Aufbauzeit 6 Stunden, hat 9 Gebläse und eine Leistung von ungefähr 15.000 Watt. Ich finde die Klettermauer am besten. Weil da gibt es so ein Rutsding, da kann man ganz gut hüpfen und dann super Saltos machen und so. Ich finde die Rutsche am besten. Auch die Rutsche. Ich finde auch die Rutsche am besten. Ich finde auch die Rutsche am besten. Die Kinder haben natürlich hier Spaß. Egal aus welcher Nationalität die kommen. Die Kinder verstehen sich untereinander sehr gut bei uns hier drin. Das ist eine wahre Freude, wenn man dazu guckt, wie die sich untereinander oder miteinander spielen. Das ist fantastisch. Wir waren vorhin noch auf dem Frosch da hinten. Und die Delfin. Ich finde auch noch hier den Delfin. Toll. weiter! Bis zum nächsten Mal.